Herzlich Willkommen in der Oma Gertrud. In Kooperation mit der Oma Gertrud und Gekko Events sind wir auf die Idee gekommen, hier ein kleines Set aufzunehmen mit Hermann Hesse. Und wir möchten das jetzt öfters machen, dass ihr daheim bleibt und trotzdem den Genuss habt, hier zu sein, virtuell. Ja, ihr kennt alle die aktuelle Situation und heute ein... Was für ein Set, Hermann? Heute geht es ein bisschen Deep House auf jeden Fall, ein paar entspannte Tunes. So als erstes Set in der Folge werden dann bei dem nächsten Set ein bisschen Tech House und Techno auf jeden Fall nachfolgen. Ja, ich denke, das ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wie gesagt, bleibt zu Hause, bleibt gesund, passt auf euch auf. Alles klar, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.